Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Lens of Lore Teil 1. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier noch so erleben. Ich habe leider schon einen Fehler gemacht. Ich hätte mir das Schwert leisten können, hätte ich die zwei Schwärme verkauft. Stattdessen habe ich den Rapier nur bekommen, weil ich Dussel nicht aufgepasst habe. Ich denke mal, wenn ich ihn jetzt verkaufe, kriege ich nicht mehr genug. So, wir müssen mal schauen, wo wir da unten sind. Okay, rechts herum. You again? Joa, ich finde deine Haare so schön. Well then, hurry and get on the boat. Ich kann mir nichts mitnehmen, ne? Nö. Okay, neue Karte. Oh. Ah, ich glaube, das ist der erste, den man mitnehmen kann. Ich kann mir den direkt an oder gucken, was wir machen? Das ist der erste, den man mitnehmen kann. Ich hoffe, das sind nicht die Barber. Das ist heißer als Victor's Forge. 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 Ich weiß nicht, dass ich meine Kunden. Ich weiß nicht, dass ich meine Kunden. Du bist Timothy von Gladstone? Nein, ich bin Tyrus, aber du bist. Du bist, bei Chance, Timothy von Gladstone? Ja, ich bin, Timothy. Und wer du bist? Ich bin Michael. King Richard hat mich geholfen, die Ruby von Sir Rowland. Eine der Dark Army Spies hat eine Maske oder so. Sie ist eine Formeländerin geworden und verletzt das Königreich. Skosia? Sie ist die größte schwelle Frau, der hier ist. Ich habe gehört, dass sie die Excavatorin geholfen hat. Aber ich habe nie gedacht, dass sie die Maske finden würde. Na dann, Michael, los geht's jetzt. Ich werde meine Dinge zusammenfassen und dich außerhalb treffen. Alles, was du für zwei Kräuser brauchst, kannst du für zwei Kräuser essen. Wenn ich noch einen Kunden verletzen, um die dunklen Armee zu verletzen, dann klampe ich dieses Ort. Entschuldigung, ich schaue den Exit. Ich bin für den King Richard. Du bist ein brav, junger Patriot, Sonny. Geh dieses Magnetstein, um dich auf deine Reise zu verletzen. Long live, King Richard. Ich bin glücklich, dich zu sein, Sir. Alles, was ich habe, ist, ist, dass ich an deinem Bezug. Ich werde irgendwann verlieren. Ich werde dann sehr wahrscheinlich neu laden, um die Gegenstände zu kriegen. Muss ich mal schauen. Ich weiß nicht genau, wann das passiert. Und man kriegt per Zufall beim Level Up. Man muss also kurz vor Level Up eigentlich speichern, weil man auch zufällig Lebensenergie und so weiter und Magie hochkriegt. Aber das werde ich glaube ich nicht machen mit speichern und laden. Da werde ich einfach Level Up nehmen und es hinnehmen, ob es gut oder schlecht geworden ist. Aber mit den Gegenständen und dann die Leute einen verlassen, da muss ich mal schauen. Was hast du denn? Das ist gar nicht so schlecht. Man hat sogar schon Rapier. Nice. Okay, und wir haben einen Kompass bekommen. Den Magnetstein. Schauen wir uns mal hier was weiter um. Du hast auch Magie, ne? Okay. Sollten wir bei dir mal aufbewahren. Obwohl du hast dir auch noch nicht sehr hoch. Also wenn ich one shotte die jetzt mit einem Schwert, das ist natürlich nicht so gut. Hey, ich habe ihn genau gesehen. Uh, wir treffen ihn gar nicht. Ist der noch nicht da? Doch, 16. Ach, schade, nicht getötet. Gut. Ja, ist am fliehen. Hat ihn getötet? Hat uns das was gebracht? Ja, also es sind wirklich nur die Kills. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung durch den Kampf verloren. Also da ist das Gasthof gewesen. Der Gasthof. Eigentlich müsste ich jetzt direkt wieder schlafen, bis meine Mana oder astrale Energie, oder wie auch immer das hier heißt, hoch ist, damit ich das ... anwenden kann. Damit wir da schnell hochkommen, weil im Kampf komme ich sowieso gleich ganz schnell hoch. Da ist nichts drin. Hier haben wir einen weiteren Stein. Ah, ich höre irgendwo was. Aha, da bewegt sich was. Ah, das hat nicht geklappt. Wo solltest du mal was Magie hochkriegst? Oh! Ah ne, okay, das ist die Magie. Ich wollte gerade sagen, er ist direkt tot. Ey, das sieht nicht gut aus. Oh, die haben ja sogar Fernkampfwaffen. Schweine. Was passiert, wenn er stirbt? Kann ich ihn wiederbeleben, oder so? Das weiß ich ja. Halt! Ah, gute Frage. Was? Ach, du Mistfee. So, Streitkolben. Der wird ja wohl kaum mehr Schaden machen, oder? Ne. Macht auch nicht. So, wir sollten etwas in Sicherheit gehen. Zum Beispiel hier hin... Oh nein. Ich bin ganz woanders. Das ist schlecht. Hier haben wir keinen Ausweich mehr. Ah, shit. Na gut, dann töten wir dich auch noch. Komm. Halt, da könnte was sein, nein. So, was sagt die Map? Vor uns ist der Gasthof. Hier sollte es doch recht sicher sein. Okay, resten wir mal hier voll. Obwohl, wir haben gerade Mana voll, ne? Die Lebensenergie ist ja eigentlich nicht so wichtig. Wie lange ich einmal noch mal zaubern kann. Gut, dass wir hier keinen Hunger leiden. Oder weniger gut, weil es nicht so realistisch ist, ne? Je nachdem, wie man es sieht. Passt nichts mehr hin. Da waren wir noch nicht, ne? Das ist neu. Lö, Ziegenhäute. Was ist das? Hallo. Komm on in, I'm Buck. Hallo Buck. Show me what you got, or what you want. Cool. Ich hab' verkauft. Ah, schade. Das ist schade. Hm, dann hab' ich aber nicht wirklich, was ich dir verkaufen will. Bogen. Würdest du das verkaufen? Sure, 100 Kronen. Fernkampfwaffen, also? Buy the one on the left and I'll throw in the one on the right. 10 Kronen? Ja, ist die Frage, wie wertvoll ist das? Ich will das, ihr wisst. 10 Kronen? Ich glaube, wir haben kein Schild. Wir kaufen einen. Warum nicht? Ja, komm, den nehmen wir. Was bist du? Was bist du? Einer der Richard's Inspektor? Ich habe es mir selbst. 20 Kronen. Okay, irgendeinen Trank. Ah, hast du einen Lizard-Tripe? Ja, ich habe es nicht immer noch. Ich habe es nicht gekämpft, aber... Mhm. Buy the one on the left and... Heh, sorry, ich kann nicht spare meinen letzten Kronen. Ja, okay, das verstehe ich. So lange! Schau auf den Orts! Okidoki. So, dann schauen wir doch mal rein. Wir haben hier Schuhe. Unser Schutz steigert sich um 5, sehr schön. Und hier auch nochmal um 7. Das heißt, wir können die Schuhe verkaufen, aber jetzt nehmen wir sie mal mit. So viel Gewicht haben wir ja nicht, wir haben nur ein Platzproblem. Okay, da runter und da sind wir noch nicht lang. Da rechts waren so viele Orks. Schauen wir doch mal, was die da so beschützt haben. Puh, da ist eine Menge. Mistzecke. Was? Weg hier! Die wollen uns einzwängen! Nicht mit uns! Was? Kampfkraft aufgestiegen. Na supi, das bringt mir leider hier. Ich würde gerne Magie höher kriegen. Kampfkraft steigert sich sowieso bei ihm mit der Zeit sehr wahrscheinlich, weil ich das hauptsächlich anwenden werde. Trifft schon. Halt! Halt! Wo kann ich hier weg? Da, sehr schön. Also manchmal mache ich das glaube ich zu früh. Ah, der trifft nicht gut. Du triffst einfach nicht gut. Bin ich in eine Sackgasse gerandet? Nein. Ich bin in dieses Haus gegangen. Kann ich hier rasten? Willkommen zurück in Puck. Kann ich nicht. So lange. Warte auf die Orks. Was? Okay, okay. Ja, werden wir tun. Komm, 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 komm. Ist auf jeden Fall besiegt. Was haben sie hinterlassen noch? Eine Blutspur. Okay, wir sollten auf jeden Fall rasten. Machen wir das mal von hier. Sehr schön. Also so viele Orks hier. Hier muss es irgendwas geben. Hey, Gingsang. Not bad. Ist nichts mehr. Schade. Oh, da ist wieder irgendwas. Ich hab schon angezeigt, was das ist. Nein. Was ist passiert? Niemand hat attackiert. Ah, da sollten wir hin. Okay. Um den Stein zu holen. Ja, wir wollen da aber noch nicht hin. Wir schauen uns das gleich an. Wir wollen erst die Karte abklappern. Und es gab doch noch was hier im Nordwesten. Ja, ein weiterer Schwarm. Sehr schön. Ist dran. Okay. Dann hatten wir nur den Schwarm da noch verteidigt. Und ich bin im Westen noch nicht durch. Oder habe ich das? Hier runter, ne? Süden ist das. Okay. Zweimal Süden. Ja, jetzt haben wir schon einiges, um gegen eine Gruppe vorzugehen. Die Schwärme sind natürlich ganz gut. Gegen eine Übermacht. Oder hat für stärkere Gegner. Oder wir verkaufen uns irgendwas richtig tolles zu kriegen. Jetzt aber, oder? Ja. Okay. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir da unten mal zu Holands Landsitz. Das werden sie büßen. Das werden sie büßen. Definitiv. Das werden sie büßen. Definitiv. Das werden sie büßen. Für meine Magie. Das werden sie büßen. Das werden sie büßen. Ich denke, du bist Scones. Diese Scones sind fern gesetzt. Ich denke, du bist Scones. Aber es könnte ja sein, dass da irgendwelche Geheimsteilter sind. Okay. Ja, die Tür ist noch zu, gehen wir lieber an. Ah, okay. Hallo, hallo. Ich sehe euch genau. Was? Ach du, Schande. Okay, der ist noch nicht gekommen. Der sah nämlich ziemlich groß aus. Er hat hier die Tür aufgemacht. Er hat uns wohl gehört. Wie krass. Wow, das muss ein paar klumpelige Orken sein. Die Tür ist verbrochen. Ich frage mich, wer das war. Tja, die haben alles kaputt gemacht hier. Diese Schäden sind festgelegt. Ich denke, du meinst Schäden. Ach Gott, das sagst du jetzt echt überall. Dann klicke ich sie nicht mehr an. Okay, wir werden mal hier Spiel speichern. Ach, du klein, was hast du? Hm. Was willst du? Ich will dich angreifen. Ja, auf jeden Fall, weil du hier so übel abgegangen bist. Sehr schön. Bei sowas können wir es auf jeden Fall gebrauchen. Shit, wir treffen den nicht richtig. Shit, wir treffen ihn nicht. Warum nicht? Treff ihn. Okay. Puh. There are silver coins in here. Awesome. Was kannst du? 31? Äh. Weil Dominanz. Das ist doch Rotz. Will doch kein Mensch haben. So, wir sollten mal rasten. Das ist Roland's Heidungsplatz. Ich hoffe, er ist hier drin. Wow, es muss ein paar klumseer Orken sein. Roland, was ist passiert? Timothy, die Dark Army passed through here. Not an hour ago. They have stolen the Ruby of Truth. We will take you to Gladstone with us. Don will heal your wounds. I am beyond healing. You too must recover the Ruby. The war has begun, Michael. The death of such a patriot must be avenged. Let us hasten back to Gladstone. I bow upon his deathbed to find these Orks and return the Ruby of the Gladstone. If I don't take these coins, the Orks will... If I don't take these coins, the Orks will... Und ein Säbel. Hm. Hm. Hm, empty. Schade. Okay, der Säbel ist auch nicht so gut. Kann auch verkauft werden. Aber jetzt haben wir richtig ordentlichen Batzen Geld. Jetzt ist die Frage, ist das Schwert überhaupt noch gut genug? Wir kommen bestimmt gleich in eine andere Gegend, wo wir was Besseres finden. So. Wir haben aber ja noch ein paar Räume nicht erkundet. Wir haben wohl Dreck in den Finalraum reingegangen. 36. Scheiße. Am besten haue ich einmal mit ihnen drauf und dann zauber ich. Sonst kriege ich die Magie nicht hoch. Ach so, ich sollte hier mal einfach rumklicken, ne? Aber eigentlich müssten die doch angezeigt werden. Hey, du. Ja, du musst natürlich vorher einmal treffen. Sehr gut. Ja, so können wir es machen. Gute Idee. Also, einmal du treffen und dann einmal zaubern. Wir sind ein kleines Ort. Hey, dieser ist nur halb verbrannt. Cool, was kann das? Ah, alle anderen sind verbrannt. Was kann ich da machen? Kann ich dir irgendwie angucken? Verbrannte Schriftrolle. Richard, meine Forschung indikiert, dass du mit der Rubie kombinierst. Ja, ich bin mit der Maske kombinierst. Was auch immer es war, ist jetzt verbrannt. Oh, was war das denn? Ich habe es genau gehört. Shit. Aber wenn ihr natürlich Dreck flötet, ist es natürlich nicht gut. Shit, überlebt. Und darfst du mal was in Magie aufsteigen? Shit. Komm, komm. Sehr gut. Ich brauche nämlich beide Magie. Biche Magie ist wichtig. Ich brauche auch das Heil. Was für Schade, das war ruint. Das Kampf werde ich sowieso nicht einsetzen. Spätestens in die Heil-Zauber kommen. Ich brauche das. Ha, sieben Jahre Schicksal für einen schaden Ork. Ha, ha. Sieben Jahre Schicksal für einen schaden Ork. So, bevor wir noch einen Gegner haben, machen wir mal hier wieder voll. Wow, muss ich immer wieder hier draufklicke. Ich hoffe halt, da irgendwie was drin zu finden. Gott, soll ich die nochmal anklicken? Oh, Öl. Das ist gut. So was brauchen wir. Ich weiß gar nicht, wenn er tot ist, ist er auf ewig tot. Ich habe keine Ahnung, wie das war. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Das wäre natürlich schlimm dann. Da muss ich nämlich mehr mit Heilung arbeiten. So, wir müssen jetzt eigentlich zurück. Ziehen heute Gasthof, Hafen, Rodans Land setzen. Dann also einfach zum Hafen. Und die Gegend verlassen und im Schloss alles verkaufen, was wir gefunden haben. Ups. Hallo, gehst du zu Norden? Ich hatte einen Rett von dem König, aber der andere Klerk hat es gehalten. May I still ride? Sorry. 100 Kronen per passenger? Hm. Hurry, the boat is just leaving. Na gut. Na gut. 200, deswegen haben wir auch so viel Geld bekommen. Ob hier neue Kickner sind jetzt in dem Gebiet? Wäre ja nett. The nest is empty. Schauen wir einfach mal. Vielleicht wenn ich nochmal in den Dungeon reingehe. Neue Diebe da. Nö. Nix, neue Diebe. Okay. Verlassen wir das hier wieder. Das ist schon mal gut, dass die Gegner nicht neu kommen. Das heißt, die kann sich hier nicht grinden. Ah, falsch. Äh. Guck, besser mal mit, sonst verlaufe ich mich nochmal. Äh, Schaudersee. Ob sich da was geändert hat, könnten wir mal anschauen. Ansonsten müssten wir nach Glatstorm, was direkt links von uns wäre. Schauen wir erstmal, ob an dem Schaudersee irgendwas Neues ist. Lake Dredd ist viel zu groß. Okay. Hat sich aber nichts geändert. Du kannst passen. Welche Tidings bringen dir aus der Südenland? Die dunkle Armee hat die Rubie verloren. Ich muss es sagen, King Richard. Seine Heilung ist in der Thronung. Hm. Ja, die Sprache gab es oft kürzer als der Text. Da steht dann wesentlich mehr, also solltet ihr da auch was mitlesen. Moment mal, wo haben wir da drin? Ja, sowas sowieso nicht. Do you have the Rubie of Truth? The Rubie has been stolen. I must see King Richard. Go in it once. Aye, aye, sir. Leave him, vile witch. You cannot stop me. I found the mask. My warriors have the ruby. And this realm will soon beg for mercy beneath my heel. Postpone your celebration, Hag. I will not permit this travesty. Oh, the inept charmer threatens me. You, Dawn, will be the first to grovel at my feet. He still lives. But we have no antidote. And he sinks deeper by the minute. We must now channel all of our magic into a protective shield. Elveni, Mechilno, Connacht! This Shroud will prevent any further action of the poison and protect Richard until the cure can be located. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. This has to be the work of Scotia, but how did she manage it? I don't know about you people, but I'm going down to the herbish mines and get to the bottom of all this mask business. Come now, Paulson. Do not be so rash. The herbish mines are where Scotia found the mask. The dark army is surely swarming all over that place. Well, I just won't sit here on my back side while that wench has her way with the whole country side. Oh, my potions are for naught. Hello, we have not met. Now I am Bacata, Dawn's apprentice. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. This Shroud has required almost all of our magic to create. We will need your help, Michael. We must ask that you visit the Droracle. Perhaps he knows a cure for Richard. The who? And where is it? Do you know Timothy? Unfortunately, Timothy's services are needed here. Bacata will join you in Timothy's stead. Oh, well then, I will meet up with you later, Timothy. I am familiar with the path to the Droracle. I would be honored to join you on your quest. Farewell, Michael. You had best hurry. Do not grieve at our separation. Bacata is a good man and will be an asset to you on your journey. Your time has come, Michael, to walk the paths of magic. This mystic album will hold the spells that you acquire. Practice and learn to use it well. Blöd, wie gesagt. Ich hätte speichern sollen, dann hätte ich noch vorher den Timothy plündern können und alle Sachen ihm geben oder verkaufen. Aber ist jetzt egal. Ich mache einfach weiter. Jetzt haben wir zusätzlich zum Lightning Bolt noch einen Healing Zauber. Können wir uns also auch mit Heilung hoch machen. Das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Genau. Steigerst du dich jetzt durch Heilung. Ja, richtig geil. Der hat mehrere Arme. Aber hier der Stock ist total amumpelt. Jetzt hätte ich ihm nämlich schon eine Rapier geben können. Und er kann sogar noch eine Zweitwaffe benutzen. Oder sogar drei. Ich weiß gar nicht mehr. So. Da waren wir jetzt drin. Die Wachen werden wieder zurückgehen. Also es baut sich allmählich was auf. Ich habe es vorher aber noch. Halt, hier nicht lang. Ein paar Gegenstände verkaufen. Obwohl. Hm. Ja. 23. Ich starb aus der wohl gar nicht. Okay. Nur in der Waffenhand. Okay, zwei Waffen waren das genau. Aber kannst du zwei Schilde dadurch tragen? 25. Ich muss mal gucken gerade, was hier stärker ist. Okay, das ist stärker. Das ist auch nochmal schwächer. Ich könnte dir zwei von denen geben, dann wärst du auf 26, was fast so hoch wäre. Aber da ich mir jetzt sowieso das Schwert kaufe... Ja. Kannst du mein Rapier haben. Aber sicher doch. Hier, Victor. Ich habe jede Menge zu verkaufen. Oh, 150. Das ist nice. Sehr schön. Das funktioniert. Du musst das verkaufen. Oh ja. Hör behalten wir. Den Stock braucht kein Mensch. Okay. Moment mal. Nicht, dass wir irgendwo einen Stock brauchen. Für irgendwas. Gut, das funktioniert. 100. Nice. Schlägt vielleicht schneller zu. War vielleicht gar nicht so eine schlechte Waffe. Aber sicher doch. Bestimmt gleich schon. 37. Nice. So. Das erhöhen wir auch nochmal. Ja, schade. Da hätte er zwei Rapiere jetzt gehabt. Das wäre natürlich wesentlich stärker. Aber das geht halt jetzt nicht. Ups. Und direkt nochmal rein und verkaufen ihn den letzten Gegenstand. Ich habe Victor vermisst. Wird schön, Victor. Danke. Du bist wieder in mir. Du bist wieder in mir. Schilder hast du nicht. Obwohl, Moment mal. Kannst du mich ausbilden jetzt? Du wieder in mir. Kommt zu sehen, Victor. Irgendwas habe ich doch im letzten Video da gesehen. was ist denn mit dem schwert moment mal ach kacke noch mal rein dann habe ich ja ich bin mal wieder weit über die zeit hat man spaß hat bis demnächst